15 eigentlich müsste ich ja mit Raketen Falscher Knopf ich hasse dich Falscher Knopf nein das war richtig okay einfach warten 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 das Teil sieht äh ah ja ich krieg grad nicht da ich bin wegen Krayt irgendwie ein bisschen ruhig bei Bosskämpfen stirb äh what the fuck nein das war dumm das war auch dumm la 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 mach dein Maul auf du Penner und keine nein das war zu langsam what the fuck so geht's ja auch ah leck mich du scheiß Vieh nein keine Raketen mehr das ist schlecht du scheiß Vieh du scheiß Vieh probieren wir's halt so äh treffen nein ich vollpfosten Pfosten 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 ah bei Funk Royale war der Gegner hier so leicht ah nein ich hab einfach zu wenig Raketen für diesen Boss komm mach Maul auf ah leck mich komm jetzt what the f- toll gemacht Mann ich will jetzt nicht sterben ich bin grad so weit gekommen mach eigentlich dein scheiß Maul auf ja genau so nein toll alter alter hey ich okay okay ganz ruhig ganz ruhig la 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 ah das macht's äh das Mann ich hab das mit dem Select nicht im Griff das ist zum Kotzen und diese scheiß Kuh-Taste ich hasse sie die geht mir ah toll schießen 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 komm mach auf mach auf mach mal auf ja wieso tre- Mann du sch- du verdammtes Mistvieh ich hasse dich der Gegner war doch so und ui ich bin hier nur fair ja zum Glück haben wir hier gespeichert und wissen jetzt all das beide Wege da absolut vernarrt sind komm ja ich hab die Taktik des Gegners nicht ganz raus sterb 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 Jey das war nicht schlecht BAMSCH und gleich mal Raketen auswählen jetzt okay diesmal schaffen wir lala mach mal auf 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 ja diesmal es läuft schon besser nein oh verdammt schnell schießen 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 nicht nicht treffen lassen und nein falscher Knopf geh zurück okay 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 diesmal läuft es wesentlich besser geh zurück nein 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 du scheißvieh du scheißvieh du drecks verdammtes scheißvieh nein ich bin doch so weit gekommen jetzt nein ey dieses ding verwirrt mich zum kotzen ist das ja 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 komm 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 jetzt komm komm mach mal auf mach mal auf nein geh zurück nein ich hasse es wenn du das tust ich hab's schon wieder verkackt und keine Granaten mehr äh Raketen komm mach mal auf toll und ich hab ich hab das falsche ausgewählt yeah das Leben macht so einen Spaß und die falsche Taste yay yay ach toll es drängt mich ey du gehst mir auf den Sack du scheißdrecksvieh toll geh ganz weit zurück sterb ach toll keine ach es kann doch nicht angehen der Boss ist im Prinzip so leicht so geh zurück geh zurück sei brav sei brav ganz brav 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 und einsammeln und Raketen auswählen und komm 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 ach jetzt hab ich's wenn er zuerst da mit seinen Händen rumfuchtelt dann macht er diese Feuerdinger Dinger das ist gut zu wissen komm 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 ja 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 und Raketen hey du gehst mir auf den Sack yay das bringt sogar was glaube ich nein das scheint doch nicht ah ne das ah dann kommt das Ding nur weiter nach vorne toll ich hab's verkackt ich häng hier fest toll ich hab's verkackt das kann doch nicht angehen wieso stelle ich mich so arschhaft dämlich an okay ein Versuch noch wenn ich's nicht schaff dann ist Schluss für heute wenn ich's schaff dann mach ich noch weiter bis ich ein weiteres Item finde und dann ist auch Schluss WUSA 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 ja ist klar trifft mich einfach mal durch die Wand durch absolut wieso nicht völlig normal okay ich probier's gleich mit den Super-Raketen äh nein K, K, nicht L mach mal auf, los ja, ja, nicht schlecht ja, ja gut, 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 gut äh 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 dumm, 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 dumm gut, 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 gut supergut ja nein ja ja, komm jetzt sei nicht sei nicht aggro du scheiß Vieh ja, komm nein ich hab's verkackt ah, ich glaube ich weiß jetzt wie das Prinzip dieses Gegner funktioniert ist eigentlich gar nicht so schwer ja, 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 spei du nur dein Zeug, du hässliches vieräugiges Fuckvieh komm, mach Maul auf ja, ist langsam okay, ich hab begriffen was du von mir willst ganz ruhig, Kollege ganz ruhig nein wow, das war knapp, knapp, knapp ja immer weiter zurückdrehen irgendwann geht das komm, 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 komm